wer übrigens mal eine andere version von otan baum hören möchte der klickt einfach mal in die ganz brandheißen news hier von clash of clans rein seht allerdings nur im englischen client wie wish you a very merry clash mess schief sehr nett gemachtes video guck da ruhig mal rein aber die informationen gab es mal wieder nur im englischen client und damit erst mal willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ich wünsche erstmal allen frohe weihnachten das habe ich jetzt mal nicht vor weihnachten gemacht sondern habe das jetzt einfach mal voll in weihnachten oder einfach mal in die feiertage mit reingepackt kann man ja die ganzen feiertage auch sagen frohe weihnachten haben wir natürlich auch in den live streams immer schon gesagt die letzten tage und ja die waren sehr sehr nett muss ich sagen wir haben viel gelacht kann ich euch kann ich sagen ich verlinke euch das mal oben in der infokarte den letzten live stream vor allen dingen denn die letzten beiden live streams hatten auch immer ein motto tatsächlich wir warten auf den wir zocken bis zum nächsten shop war ganz witzig das ganze gibt es eigentlich ich sehe das immer so ein bisschen so in fortnight da verstehe ich das noch nie da zocken die auch immer bis zum nächsten shop und wir haben ja auch immer bis zum nächsten shop gezockt ja bis zum nächsten shop war gut eigentlich haben wir immer gezockt bis zum nächsten daily holiday special deal und und wir hatten wir wurden das gefühl nicht los dass uns super zelda trollen wollte denn wir hatten am ersten tag das heldenbuch werden den zweiten tag den helden trank danach hatten wir glaube ich eine schaufel trainingstrank schaufel und dann wieder ein trainingstrank da haben wir wirklich wir müsst euch das angucken die letzte viertel stunde ich habe muss ich musste dann ausmachen weil ich kriegte mich von meinem lachflash nicht mehr ein und habe dann irgendwann ausgemacht weil es ging einfach nicht mehr nein wir waren natürlich schon so ein bisschen am ende aber dieses special hier ist natürlich sehr nett gewesen es gab einen bauarbeitertrank es gab es gibt die freie power potions ihr seht das hier ich meine es ist heilig abend wo ich das jetzt aufnehmen hier und sehr ungünstiger zeitpunkt mir hier dann auch noch so viele trainings potions schenken zu wollen wo ich so gar nicht so zum spielen kommen am heiligen abend aber mal sehen vielleicht werfe ich jetzt doch noch so die eine oder andere stunde ein vier stunden habe ich ja noch zeit bevor ich das ganze in james umwandeln das wäre natürlich blöd ich könnte kann es auch ganz sinnvoll nutzen denke ich mal und über die tage jetzt habe ich allerdings so ein bisschen clash of clans auch mal wieder ich will nicht sagen nicht sein lassen wir haben schön was gemacht keine frage aber wir wollen ja auch ein bisschen in unserem dorf weiter kommen auch mit dem rathaus 13 hier seht ich habe ein bauarbeiter frei manchmal fragen dass der leute auch in den live streams wie kannst du sechs bauarbeiter haben der sechste bauarbeiter ist der bauarbeiter aus dem nachtdorf das heißt also auch wenn ihr hier jetzt mit diesem bauarbeiter etwas anstoß also sagen wir mal wir würden jetzt irgendwas machen und mit dem hier das wäre ja der bauarbeiter aus dem nachtdorf der nächste freie bauarbeiter der frei wird der kann auch wieder ins nachtdorf wandern also der kann dann einfach hier zwischen den beiden dörfern hin und her wandern ihr seht das jetzt habe ich nur noch fünf wird immer mal wieder gefragt und jetzt habe ich hier eins von zwei denn mein otto baut hier die ganze zeit im nachtdorf eine stunde 36 noch dann ist meine drittletzte kanone glaube ich fertig ich muss dann noch zwei stück machen und danach nur noch ein paar mauern dann bin ich ja auch endlich durch aber ich möchte natürlich ganz gerne im tagdorf ein bisschen was machen und wir haben es endlich geschafft die zeit geht hier ja sehr schleppend rum muss ich mal so sagen wir haben immerhin schon mal unseren helden hier im livestream auf fünf geschlagen den haben wir uns auch vorgejammt denn ich habe überhaupt kein ich hatte keine ich habe keine bücher mehr ich habe nur noch ein zauberbuch hier habe aber hier immerhin jetzt schon mal einen oder noch einen hammer allerdings war mein labor auch noch am laufen ich konnte auch nichts machen das labor ist jetzt aber frei und ich würde gerne die beiden hemmer die ich jetzt habe auch ganz gern verbrauchen ich weiß nicht was ihr so gemacht habt aber ich konnte mir jetzt vorstellen dass ich eine dunkle truppe mache und eine helle truppe mache die jettis sind jetzt erstmal fertig auf drei ich glaube die sind ziemlich stark die muss erstmal die werde ich erstmal benutzen aber ich denke mal ich kann mich immer ganz schlecht entscheiden meiner oder ballons meiner ballons meiner ballons die meiner sind auch sehr stark die meiner sind auch unheimlich stark ich glaube ich glaube wir schießen sie meiner hier hoch denn ich denke mal die sind auch sehr sehr stark im ck das heißt also erstmal hier die meiner ohren nach oben und dann muss jetzt allerdings hier in shop gehen denn ich müsste eigentlich ja ich habe jetzt wieder alle hämmer frei endlich also einen schönen helden haben wir gegönnt hier den ich nicht mehr brauche ist der hammer der spells den brauche ich nicht mehr wirklich aber den hammer das da habe ich echt darauf gewartet auf hammer des buches und natürlich nehmen wir noch mal den hammer des feines hier allerdings muss ich dir jetzt ein bisschen mit bedacht einsetzen ich wollte eigentlich mit dem nächsten hammer ich kann hier nicht elf tage auf meine werkstatt verzichten muss ich mal so sagen deswegen habe ich gedacht das gebäude haben wir uns mit dem hammer hoch und sparen uns hier echt mal die elf tage dann habe ich endlich ich habe keinen freien bilder super toto super kein freien bilder da müssen wir uns hier einschaffen kommt travel mario amakule da ist jetzt haben wir den freien bilder hier der auch den hammer benutzen kann und dann hämmern wir uns die werkstatt hier hoch dann haben wir die jetzt schon mal auf den level wo wir jetzt auch die kaserne bauen können das heißt ich kann aber jetzt nicht mehr machen sondern ich muss mich jetzt entscheiden was mache ich eigentlich die ist ja jetzt erstmal nur auf 1 die kann ich noch nicht max spenden dafür musste auf 2 gehen und ich wollte einfach mal gucken wie teuer ist die denn eigentlich hier hinten das wusste ich bis heute nicht wenn man die jetzt level 6,4 millionen das können wir eigentlich machen aber erstmal holen wir uns in der dunkle truppe noch nach oben nämlich die schweinereiter ja wir nehmen die schweinereiter hier ein level weiter und damit haben wir dann unser setup auch schon wieder so ein bisschen kompletter würde ich mal so sagen auf die loons kann ich erstmal max level verzichten und auch auf den ehe drachen die müssen truppen die benutze ich zwar aber das die mache ich damit mache ich eine maßangriff oder massangriffe dafür dass deswegen er die meiner und auch den hog rider oder die hog rider und ja vielleicht werde ich jetzt das maschinchen mal machen ich muss einmal aus und einloggen dann wird das in meinem setup ja auch auch sichtbar und würde aber ganz gerne ich würde natürlich ganz gerne auch wieder wieder den ein den ein hammer ausgeben ich gucke mal gerade was ja eigentlich baut bei mir baut gerade eine luftabwehr und ich hatte eigentlich im plan wo ist das da oben diesen den hier den hier zu machen auch kann ich ja nicht machen kann ich gar nicht machen ach doch kann ich ja doch machen warte mal ich wollte ich wollte das ja mit dem hammer machen wieso kann ich das nicht mit dem hammer machen muss ich mal gerade zu überlegen warum kann ich das ich habe doch ach nein ich habe ja gerade den bauhammer den bauhammer habe ich ja gerade benutzt aufwachen also ich habe noch einen heldenhammer und ich habe noch einen ja immer noch den zauberhammer okay den heldenhammer dafür nehme ich hier den worten und nicht die dunkle truppe glaube ich oder ach kommen wir neben dem worten der worden muss auch nach oben also ein level schon mal wieder den worten gegönnt auf 44 es ist ziemlich theoretische folge heute und dann würde ich sagen wir holen dass wir wollen hier mal alles raus was geht damit wir dann auch den ein bauarbeiter eigentlich einsetzen können oder lasse ich den noch lasse ich mir den bauarbeiter der nächste ist auch erst wieder in drei tagen fertig in drei tagen leute ist egal wir nehmen wir nehmen den und zwar für den magertum hier würde ich sagen zwölf tage 19 meine herren das geht echt gar nicht wir können das ein bisschen verkürzen hier damit alle bildings mal so neun stunden eher fertig fertig sind machen wir das mal und dann nehmen wir hier im labor den beziehungsweise hier nehmen wir die kaserne damit ich die auf max level spenden kann acht tage ist auch ein wort zum sonntag aber egal machen wir mal und damit haben wir jetzt glaube ich erstmal alle hammer ausgegeben ich habe wieder eine schöne downtime hier auf die ganzen hammer ein hammer gibt es natürlich noch hier in den paketen leute die pakete locken mich hier schon seit anderthalb tagen lächeln die mich an vor allen dingen das 10 euro 99 pakete das lächelt mich mal so richtig an mit dem book of building den 1200 gems und den zwölf millionen gold ich weiß nicht ob ich da noch ein tag zwölf stunden die finger ruhig halten kann mal sehen schreibt mir in die kommentare ob ihr euch dieses paket gegönnt habe gerade das für 10 990 glaube ich ist das attraktiv sich meine alle alle sind wirklich attraktiv durch die banken alter 120 mauerringe 14.000 gems ihr braucht nur ihr braucht eigentlich gar nicht gucken ihr kennt die jam preise das sind eigentlich die plane preise für die gems nur für die gems was supercell dann noch hier drauf packt ist schon genial finde ich ob man es dann wirklich braucht oder nicht sagen wir dahingestellt 60 mauerringe 20 mauerringe also tatsächlich alles für mauer dann gibt es hier hinten noch so ein kleines bundle oder zwei kleine bundle die finde ich auch in ordnung auch das für 3,49 ist nicht schlecht gibt die bilder potion und ein paar gems natürlich dabei und es juckt mir in den fingern aber ich mache es nicht heute ich mache es nicht wir wollen hier ein bisschen clash of clans wenigstens noch einen angriff machen aber ich wollte die folge halt tatsächlich nutzen um euch ein frohes weihnachtsfest zu wünschen dass ihr schöne tage habt mit euren liebsten ganz abseits von geschenken also geschenke finde ich werden überbewertet das größte geschenk was man denke ich mal machen kann ist einfach dass man für seine liebsten da da ist dass es allen gut geht vor allen dingen immer noch gut geht und denn was ich gerade so wieder in der in der weltpresse höre und sehe das sieht nicht gut aus muss ich sagen und da muss man sich dann auch nicht über irgendwelche geschenke ärgern die man nicht haben wollte oder was auch immer also ich finde es wirklich sehr sehr ich finde es derbe unnötig den immer mit hier weil er so vieles so vieles dunkles hat für uns hier 5000 auch wenn ich wollte und die lexbrauch habe habt ihr eben gesehen wie lange meine bauarbeiter jetzt wieder brauchen das ist das endlos und das ist allerdings ein single entfernen das ist ein single entfernen da muss ein bisschen aufpassen wir müssen wir schon mal weg machen das ist uns gelungen hier mal sehen wo unsere queen jetzt hingeht ich weiß ich hätte sie jetzt auch noch reagieren können aber ist egal ist egal dann nehmen wir die gleich mal in gut wir haben noch ein bisschen zeit zwei minuten ja ja wie gesagt was ich da wieder in der presse höre und sehe das ist sehr sehr traurig finde ich jetzt und ist sicherlich mal wieder mal wieder nichts wert was was man unbedingt betonen muss also es ist es sehr sehr traurig auch sehr sehr traurig ist aber auch hier dass ich hier jetzt noch mal beschuss auch noch mal von sommer das ist ja noch mal multi scheiße auf verdammte eier axt was machen jetzt ich habe ich habe nicht mehr so viele truppen ok ich wollte gerade sagen ich habe nicht mehr so viele truppen doch ich habe natürlich noch viele truppen soll hier gehen wir gehen wir mal mit so ein paar valkyren rein glaube ich und hier nehmen wir die mit renner ihn hier der steht nach unten neuer held hier mit rein sechs valkyren noch da die gehen jetzt auch in die mitte wunderbar und ich glaube die können hier hinten rüber springen müssen wir mal müssen wir mal sehen der single entfernung muss jetzt erstmal hier ein bisschen gebremst werden leute so dann haben wir hier noch unsere vielen valkyren hinten ist noch mal single entfernt um mann um mann um mann um jetzt haben wir wahrscheinlich eine mitte haben aber starke truppen gehabt für die bombe außen jetzt den king gezündet ja das sieht ganz gut aus das sieht ganz gut aus zumindest dass wir vor allen dingen dass das dunkle jahr also geht ganz gut voran und ja wie gesagt die folge sollte eigentlich nur ich wollte euch nur frohe weihnachten wünschen ich hoffe ihr habt coole tage wir haben heute einen coolen tag schon gehabt also ganz ganz piano ganz in ruhe und mal mal weniger hektik aber kinder sind auch etwas älter früher war dies war das gewusel hier ich will nicht sagen unerträglich aber es war natürlich immer immer schön mit seinen kindern zu feiern und ich hoffe sie feiern noch lange mit ihren eltern vor allen dingen weihnachten und erfreuen sich immer noch so ein bisschen so an dem fest auch wenn es immer anders gefeiert wird aber nichtsdestotrotz hier geht das auch ein bisschen weiter bei clash of clans kann ich hier ein bisschen was spenden zwei drachen wut felsen werfen das machen wir mal ein zwei drachen einmal wut felsen werfer oder da geht noch was rein sich gerade stimmt ist eine fünf jetziger clanburg und ich traine die glaube ich noch mal quick nach nehme jetzt aber die valkyren hier mal raus nehmen mal ein zwei von denen glaube ich mehr mit und ein paar von denen noch so sieht das ganz passabel aus 123 was machen da die acht ich glaube ich nicht aber da kann ich jetzt auch nicht mehr wirklich viel für machen was kann man denn da noch mehr mitnehmen 123 bisschen clean up vielleicht vielleicht ein wenig für clean up sorgen oder sowas so sieht das aber ganz schick aus okay ohne 2 ist so viel da habe ich ein 1 warum passt das jetzt gerade nicht ach ein halb zauber okay ein halb zauber ein halb zauber damit ja wunderbar also wir haben ein bisschen was geschafft ich hoffe ihr feiert schön das fest weiter wir werden jetzt in jedem fall in dieser woche sehen ich hatte ja gesagt wenn ich im urlaub bin dann machen wir auch ein bisschen was und lassen uns nicht hier von supercell trollen ich bin echt mal gespannt was jetzt noch kommt denn das special geht ja noch glaube ich lass mal schauen das geht noch einen tag ein tag ja ein tag vier stunden also ein geschenk gibt es in jedem fall noch und okay die anderen beiden sachen ich muss sagen interessieren mich nicht wirklich sand das verbreitet hat mich noch nie interessiert der spell den habe ich glaube ich auch noch nie gebaut und noch nie benutzt den gem oder den ein gem ressource boost den nutze ich im moment nur fürs dunkle ich könnte natürlich auch wieder für die anderen sachen anstrusten aber ich bin ganz ehrlich ich das ist so ein bisschen verschwendete gems ihr seht das hier war mein nächster bob erst oder bauarbeiter erst wieder fertig ist das wird echt dauern und bis dahin werde ich die lager wieder voll haben muss ich ganz klar so sagen und deswegen mache ich hier erstmal ein bisschen piano machen ein bisschen was in den anderen dörfern demnächst steht wieder liege an und wir gehen ja erstmal richtung jahresende also lasst euch überraschen was da noch kommt ich habe mich auf jeden fall gefreut dass ihr wieder dabei gewesen seid habt noch schöne feiertage bis dahin euer toto clasht